Wie weit sind Sie jetzt hier in der Planung? Wird es schon benutzt? Die grundsätzliche Technologie und die Methodik, die wir hier anbieten, ist bereits in der Entwicklung schon an einem echten Planungsvorhaben getestet worden und das ist am Hauptbahnhof in Wien passiert, wo wir die Methode auch ausprobieren konnten.